Hier ist das SKB-Journal am Freitag und das sind unsere Themen. Waldbrand bei Fichtenwalde. Ein Feuerwehrgroßaufgebot verhindert das Schlimmste. Doch noch ist der Brand nicht gelöscht. Und wohin in den Ferien der SKB-Ferienkalender gibt Tipps für Kids. Und damit, meine Damen und Herren, darf ich Sie zu den aktuellen Nachrichten recht herzlich begrüßen. Die Lage beim Großfeuer im Raum Fichtenwalde ist weiterhin unübersichtlich. Durch die anhaltend hohen Temperaturen bleibt die Gefahr für Tiere, für Menschen und auch für Sachwerte unvermindert hoch. Aus dem Katastrophenschutzgebiet jetzt eine Bestandsaufnahme von Sebastian Peschke. Es sind Bilder, die das Ausmaß des verheerenden Waldbrandes bei Fichtenwalde erst so richtig verdeutlichen. Aufgenommen von Autofahrern auf der A9. Hier reichte das Feuer sogar bis an die Leitplanken. Vollsperrungen auf Teilen der Autobahn A9 und A10 waren die Folge. Hier ging nichts mehr. Auch die Kleinstadt Fichtenwalde entkam in der Nacht zum Freitag nur knapp einer Katastrophe. Denn die Feuerwalze kämpfte sich bis an den Rand des Ortes. Heute gab der Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark Wolfgang Glasig vorerst Entwarnung. Die Idee der Evakuierung ist vom Tisch. Das kann aber passieren, dass wir kurzfristig dann Räumung anordnen müssen, wenn das Feuer tatsächlich über den Radweg springt. Dann haben wir 35 Minuten Zeit, uns mal über das erste Haus Gedanken zu machen. Dazu soll es nicht kommen. Im Moment sieht es gut aus, aber Feuer, wie gesagt, sind unberechenbar. Mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften kämpfen die Feuerwehren noch immer gegen den Waldbrand. Über 200 Kräfte aus dem Hafenland, der Stadt Brandenburg, dem Landkreis Dame-Spreewald und aus Potsdam-Mittelmark sind vor Ort. Auf dem Spargelhof Kleistow ist derzeit Sperrzone. Hier haben die Einsatzkräfte ihre Zentrale eingerichtet. Doch erschwert wird der Kampf gegen das Feuer, da im Bereich des Brandes Munitionsreste gefunden wurden. Es sind immer noch Brandnester da und in Gegenden, die munitionsverseucht erscheinen, teilweise auch sind, sodass wir sehr vorsichtig agieren müssen. Die Ränder werden bewässert und ein Räumpanzer, speziell dafür ausgerichtet, arbeitet sich jetzt segmentweise in den Wald vor und gibt also sozusagen Schneisen vor, auf denen dann die Feuerwehrkräfte agieren können. Im Moment ist unsere Hauptwaffe, wenn man so will, der Hubschrauber der Bundeswehr aus der Luft. In der Einsatzleitung geht man davon aus, dass die Löscharbeiten auch noch die Nacht zum Samstag andauern werden. Zuversicht gibt es aber, bald wieder die Autobahnen freigeben zu können. Doch bislang ist hier noch schweres Gerät im Einsatz. Die Autobahn wurde deswegen gesperrt, weil das ein Bereitstellungsraum war für die Feuerwehren, die den Böschungsbrand bekämpft haben. Im Moment patrouilliert sozusagen auf der Autobahn ein Wasserwerfer des Innenministeriums, der gegen diese Brandnester eingesetzt wird und der fährt auf der A10 und der A9 auf dieser einen Spur. Deswegen wird die noch eine Weile gesperrt bleiben. Alle anderen Spuren können wir höchstwahrscheinlich bald freigeben. Bislang rät die Feuerwehr und die Polizei das Gebiet rund um die Autobahndreiecke Werder und Potsdam weiträumig zu umfahren. Ein Einsatzende ist bislang noch nicht in Sicht. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor zehn Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor zwei Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonathrose. Und jetzt, liebe Ferienkinder, Augen auf und Ohren gespitzt, hier kommt der SKB Ferienkalender mit Tipps für die kommende Woche. Die Galerie Sonnsegel lädt nächste Woche zum Arbeiten mit Ton ein. Wie in prähistorischer Zeit entstehen in der Bändertechnik Gefäße aus Ton, die im Anschluss individuell bemalt werden können. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Die Unkosten betragen fünf Euro. Los geht's immer ab 14 Uhr. Im Krugpark wird der Wald erkundet. Es wird einen Niedrigseilgarten geben, in dem geklettert werden kann. Außerdem werden die Waldbewohner unter die Lupe genommen. Und wer darauf keine Lust hat, der kann auch einfach ein bisschen schnitzen. Los geht's am Dienstag um 9.30 Uhr. Als Meister der Zimmermannskunst errichteten die Slaven beeindruckende Holzbogen und schnitzen Möbel sowie Spielsachen für ihren Alltag. Und genau das können die Ferienkinder am Dienstag bestaunen. Die Kinderführung zum Thema Slavenzeit startet wieder um 14.30 Uhr. Und hier noch ein Hinweis vom BSC Süd 05. Das Testspiel gegen SD Kroatien aus Berlin am Samstag fällt aus. Dafür testet Süd dann am Sonntag gegen den TSV Rudo. Spielbeginn ist auf dem Seelenbinder Sportplatz 14 Uhr. Und Optik Rathenow hat sein erstes Spiel in der Regionalliga. Um 13.30 Uhr erwarten Sie Neugersdorf aus der Lausitz. Anpfiff ist 13.30 Uhr. Und hier sind die Wetteraussichten für die drei kommenden Tage. Und man muss schon sagen, leider ändert sich da nicht viel. Traumhafte Aussichten bei jedem Wetter. Der Sparkassen Privatkredit. Es bleibt weiterhin sehr warm. Und Niederschläge gibt es, wenn überhaupt, nur punktuell in Form von Gewitterschauern. Samstag, Sonntag und Montag liegen die Tageshöchstwerte bei 33, 30 und 33 Grad. Und in den Nächten kühlt es ab auf 20, 19 bzw. 17 Grad. Traumhafte Aussichten bei jedem Wetter. Der Sparkassen Privatkredit. Und hier noch ein Hinweis. In der Nacht von Freitag auf Samstag findet die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts statt. In der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 23.13 Uhr befindet sich der Mond während der Finsternis vollständig im Kernschatten der Erde. Also ein Phänomen, was man unbedingt nicht verpassen sollte. So, meine Damen und Herren, das waren dann die aktuellen Nachrichten. Ich darf mich verabschieden, wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende. Am Montag ab 18 Uhr sind wir dann wieder mit aktuellen Meldungen für Sie zur Stelle. Tschüss und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017